Hallihallo Freunde und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Watch Dogs 2 und wir stehen immer noch vor der Kirche und ich habe immer noch nicht so ganz die Peilung was wir denn hier eigentlich machen müssen. Ich hoffe, dass ich jetzt einen Plan habe. Was mal runter das Ding. Auf hier, dass wir gleich mitfahren. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich hin sollte. Zumindest weiß ich nicht mehr genau, wo das war. Was ich vermute. Oh ne, das ist mal runter von dem Ding. Was war das? Das war das. So, jetzt hättest du deine Klappe. Das Auto muss weg. Das Auto muss weg. Da muss ich mal versuchen, ob ich hier durchkomme. Anscheinend nicht. Kleiner, dämlicher, dreckiger Baum, Alter. Ist doch scheiße. Man. Halt die Klappe. Ach man. Ja, jetzt liegt er wieder unten, Alter. Ich bin schon wieder bedient hier mit dieser Scheiße. Wir haben erst eine einzige fertig davon. Bis durch. Wie ich unten? Ne. Bis dich. Ich muss irgendwie, ich habe da eine Stelle ungefähr im Blick, an der ich vermute, dass ich es schaffen könnte. Die ist ja wieder, komme ich ja wieder bei dem Scheißbaum nicht durch. Ich hoffe, ich komme von der Seite durch. Ansonsten platzt mir hier gleich der Kragen. Bitte, da komme ich hoch. Bitte, komm da hoch. Bitte, komm da hoch. Gott sei Dank, ey. Hier ist wieder so ein Kackbaum, ey. Mann, hier kann ich ein bisschen umfahren. So, und jetzt komme ich da hoch, ey. Oh, Gott sei Dank. Jetzt komme ich da nicht hoch, ne? Kann ich hier rumlaufen, irgendwie? Dann von drüben draufkomme? Irgendwie nicht. Hier kommt er schon mal nicht hoch. Oh, Mann. Ich meine, ich... Geh doch mal... Geh da nicht runter. Selbst wenn ich da drauf jetzt wäre, würde mich das auch nicht bringen. Wie soll das denn funktionieren? Was zur Hölle soll das funktionieren? Ich kann da nicht rumlaufen. Ich kann das Ding nicht hoch genug fahren lassen. Was zum Teufel ist das hier für eine Scheiße? Soll runterkippen einfach. Kann ja auch nicht links und rechts bewegen. Ich habe keine Ahnung. Sorry, ich habe echt keine Ahnung. Das Ding wird nicht überkippen. Es wird nicht überkippen. Und ich habe echt keinen Plan mehr, wie ich da noch hochkommen soll. Null Plan. Also, ich brauche so ein riesengroßes Ding. Wo ich, äh... Was ich richtig hochfahren kann. Ansonsten... Habe ich keine Idee mehr. Ansonsten habe ich kein Ding mehr. Nur, wo kriege ich jetzt so ein Ding auf die Schnelle her? Nein, da will ich nicht rein. Ich will mein Telefon haben. Ich will nicht. Ah... Biss... Nein... Nein... estrut... Fuck Mann! Okay... Mensch... Wie zum Teufel komm ich da jetzt? Kacke! Ich krieg gar nicht, krieg gar keiner drin. Ja. Ich hätte jetzt versuch'n da drauf zu schießen. Wird auch nischt. Geht nicht. Ich hab' keinen Plan mehr. Recht, ohne Scheiß nicht. Fräuchte halt, wenn schon so ne... So ne Laderampe. Wir dürfen hier nicht verlieren. Nicht jetzt. Wir sind da. Komm' da nicht hin. Ich hab' keinen Plan mehr. Gibt es kein... Kein so'n hier Rätschaft, wenn's dann wenigstens hier so was gäbe, wo man dann, äh, äh, äh... Sich hochfahren lassen könnte. Aber hier steht nix. Stopp! Ich mach' mal den. Los. Was ist denn hier los? Kein Plan. Ich musste da hoch. Das ist keine Leiter da, oder? Schaut mal so aus. Welche ist jetzt ausgeflippt, wenn da ne Leiter gewesen wäre. Ich hätte die die ganze Zeit nicht gesehen, welche ausgeflippt. Das ist doch nicht... Ich komm' ich nicht rein. Ich bin mal im Latein am Ende. Ich bin mal im Latein am Ende. Absolut. Sieh dir nur an, was auf Lande sieht. Es ist jetzt ein Tag her. Ich will ihn nicht reichen mehr. Aber nicht in der Helfe sind. Du hast in der Helfe sind. Du hast in der Helfe fandet. Du hast nicht in der Helfe sind. tja ganz ruhig, wir haben sie auf CTOS, die Polizei ist gleich da was soll es noch kommen? in meinem Lateinamen hochkommen soll kein Plan da ist auch keine Rampe oder so in der Nähe wär ja auch zu schön im Ort zu sein gewesen ist aber auch ne die ganze Scheiße ist tausendmal durch vergeudige Zeit ja er fliegt und fliegt ich vergeudige Zeit ich hab schon wieder 11 Minuten vergoldet und ich hab keinen Plan wo das sein soll null absolut null das Ding steht hier auch nicht mehr geil das kann nicht euer Ernst sein Mann das kann nicht euer na ne da wovon steht das Ding da wieder das hat sicherlich irgendwas mit dem Teil zu tun kein plan was das ding so langsam jetzt wäre ich hier das ist der höchste punkt an den ich komme naheliegend wäre ja hier aber nein das wäre das naheliegendste hierhin aber hier geht es nicht weiter ich komme da hoch ja hier komme ich nicht mehr weiter hier ist dann auch schicht im schacht kann mir leider auch nicht helfen ne ja bin fast dazu zu zuneigen dass wir das lassen prinzipiell weil mich das nervt dann lasse ich diese kack mission nämlich weil das mir zu blöd bis dahin ist ja alles schön und gut muss halt irgendwie da hoch kommen der punkt ist ja der da schon aber da komme ich nicht hin dachte ich war ja da drüben schon mal in anführungsstrichen oben ach du dämliches was ist denn ja genau okay ich habe keine lust mehr ist mir zu doof jetzt bin ich absolut verdient komm mir nirgendwo hoch absoluter bullshit absolut absolut ausschlecken ich gehe jetzt hier hin ich habe keinen bock mehr drauf dieses scheiße lasse ich jetzt absolut sein absolut da erstmal hingehen weil ich habe jetzt hier verbrachte hier folge an folge nur für diesen scheiß in anführungsstrichen nur für diesen bullshit aber alter komm naja wo steht der also nehmen wir mit fahr mal los kein bock mehr auf geht's es ist nicht euer fucking ernst alter es ist es ist es ist es kommt doch nicht hoch ach ach nie ach bitte okay ich bin überspielt ich muss gleich eine pause machen eine wackelige pause okay so kommen wir mal jetzt hier ctos jetzt machen wir mal hier wieder finde raus was ubi vorhat marcus jetzt hacken wir uns bei ubisoft rein hier oder was auch noch mehr rein hier ich werde oh god ha 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 irgendwo was hier hinten noch irgendwas dann komm ich aber nicht hin da war ich dran haben wir so wie komme ich da hin ach da okay stell dir mal einen mma kämpfer nur in der standhosen vor so da junge 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 ok nice wie gespannt ach das ok 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 das ist bekannt das ist bekannt das video ok das sollte uns follower bringen überlass das mir ich habe den kontakt ich sehe schon die schlagzeilen vor mir neuer trailer ist schrott neuer trailer ist krass neuer trailer ist halbwegs ok schreibst du nebenbei spielkritiken wrench ich ach so gut jetzt soll es das aber auch erstmal ähm wiesen sein drei stück das ist scheiße wahrscheinlich auch beide scheiße alles scheiße gut ich werde jetzt aber auch aufnahme pause machen also generell auch heute nicht mehr geforce game ready driver ist available naja gut die installiere ich dann jetzt gleich noch ähm ja ich wünsche euch einen schönen restlichen tag abend wie auch immer morgen und wir sehen uns dann morgen in alter frische wieder ich bedanke mich fürs zuschauen und macht es gut gut